Wir wollen jetzt für diesen heutigen Abend aber nicht in der Vergangenheit oder in der Gegenwart verharren, sondern wir wollen mutig einen Blick in die nähere Zukunft werfen. Eine möglichst große Diversität an Angebot kann solche Strukturen, glaube ich, ermöglichen. Warum macht die Stadt Nürnberg nicht ein integriertes Stadtentwicklungskonzept für die gesamte Stadt? Natürlich, was ist so die große Klammer für die ganze Stadt? Diese Frage stellen wir uns schon auch und wie wir damit umgehen. Dass wir einfach so neue Experimente auch wagen müssen. Würde es sofort, wenn ich jetzt Diktatorin wäre, nicht, dann würde ich sofort sagen, Autos raus, nicht. Und ich glaube, das ist das Rezept, Ideen zu entwickeln, die dann auch gemeinsam getragen und gegangen und auch finanziert werden können. Planung ist nie perfekt. Graue Energie. Es sind tolle Begriffe gefallen, wie grünes Zimmer und urbane Tropfsteinhöhle. Ich sehe auch keine Kinder, die daraus spielen. Ich habe einmal in meiner Jugend als Kind, kann ich mich erinnern, dass wir die Straße bespielt haben. Und das war, das hätte ich nicht vergessen. Und das gab es nie wieder. Innenstadt ist vorbei, das Auto ist passé, fertig.